Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum neuen Counter-Strike-Modus in PUBG. Ich habe keine Ahnung, was kauft man denn jetzt hier? Hat man gar keine Waffe, wenn man nichts kauft? Du hast die Pistole. Wir spielen mit Franzi und Fischkopp diesen neuen Modus, der hieß irgendwie Blue Ball Modus oder so. Ja. Ich kaufe einfach nichts. Hast du Blue Ball Modus? Ich kaufe immer die schwarze Weste und den 1er Helm. Oh, ich habe mir zwei Helme gegönnt. 2er Weste und 1er Helm. Müssen wir uns jetzt aufteilen? Ach, schwarze Weste habe ich verstanden. Wir sind die Verteidiger, es ist wie Counter-Strike. Die Gegner kommen, versuchen jetzt so Womble zu platzieren. Ich gehe Mitte. Mitte A. Auch B. Wo bist du da? Einer hat schon aus dem B. Aua hat mir schon gegeben, Franzi. Kann man es nicht gut? Da kommt einer! Kiosk! Die hast du gepinkt! Zwei! Mittlere Maustaste. Da ist einer. Das geht bei mir nicht. Zwei Leute auf A. Und auch jetzt. Ihr dritt ist Mitte und orientiert sich. Man kann pingen? Ja, das ist neu, das war letztens, ging das noch nicht. Ich habe das rausgefunden für euch. Ich bin down. Hier müssen rüber, Leute. In der Mitte. Alter, die machen richtig Damage. Hab einen! Ich muss def gehen. Zwei, zwei hier in der Mitte bei mir. Einer down. Einer down. Das ist Hauens. Da ist keiner weggelaufen. Noch einer down. Ich hole den Griff. Kann ich sie auch killen? Ich bin eine Maschine, du kannst sie auch killen, ja. Dass die ganz down sind? Ja. Ja, ja, ja. Ist manchmal auch klüger. Oft. Kann ich deren Waffe nehmen? Danke. Ja. Verschieben die oder versuchen die A zu gehen? Die sind, die planten, die planten, die planten, die planten. Wo denn? Bei A? Die planten bei euch. Auf A. Nee, liegt doch einer tot, Leute. Ja, macht die weg. Ja, gelockt. Auf A. Hab einen. Dann wieder down. Ja, ich bin outdown auf A. Hallo. Können wir das gegenseitig machen, aber... Hab noch einen. Ich komme zu dir. Hab noch einen. Hier, Jay, Jay. Ja, komm, ich rette euch einfach. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da. Wo? Rechts. Ihr macht das schon, ne? Medik. Er hat versucht seinen... Danke. Nee, hab ihn nicht, lol. Weil der Kill kam. Ja, du blockst mich. Ich hab ihn... Wie, ich block... Ja, ich muss den erst netzen. Ja, hör mich auf. Nein, ich muss den erst netzen. Nein, ich muss den erst netzen. Ja, sehr gut. Also, das dauert jetzt doch voll lange, bis das... Das Spiel hat mich verarscht. Terror. Okay, also... Weste wird auch... Ich hab ne Zweierweste gekauft. Wird die Weste wieder aufgefüllt? Nein. Du kannst im Kaufmenü rechts sehen, neben deiner Waffe, siehst du... Ah, 6200, jo. Genau. Ach, da oben. Kann ich Aufsätze kaufen, oder sind die immer einfach mit Aufsätzen drauf? Du kannst hier an der Kiste deine Aufsätze ändern, aber die sind auch standardmäßig drauf. Aber wenn du lieber im Red Dog zum Beispiel spielst, dann kannst du das da ändern. Ich spiel auch immer Halfgrip, anstatt langer Schwarzer. Hö, hö. Okay. Dann muss ich gleich nochmal nachfragen mit den Aufsätzen, so schnell konnte ich da nichts schenken. Nee, das hab ich auch nicht so schnell geschenkt. Ich bin B wieder. Aber die sind, also durchmitte sind eben drei Leute. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. A auch, A auch. Dios. Aua. Oh Gott, Alter, war ich schnell down. Holy shit. Da kommt einer, Sepp. Drei Leute, B. Was? Mein Controller ist angesprochen. Dahinter ist einer, Sepp. Ja, komm an Jay. Okay, hier ist ein Spot, zwei Leute. Hier ist ein Tür, Vorsicht. Peter, ich bin rübergedacht. Oder ist wer, da ist wer. Also du musst mich retten, sonst bin ich tot. Peter. Bin dabei. Ich schütze euch. Hä, wo ist der? Da oben war der. Da oben war der. Die haben geplantet bei B. Die haben schon geplantet. Ja, bei B. Ich bin down. Hier kommt einer. Der hat mich gefinisht. Hörter dir, Jay. Ach. Da ist noch einer. Komm mal. Ich geh mal gucken. Der kam gerade auf der Tür raus. Oh oh. Drei gegen zwei. Wo sind die? Ich bin auf dem B-Spot. Ah, wo, hä? Ach, der kommt von mir. Ja, einfach von überall. Da ist der Treppe rechts, Sepp. Auf der Treppe steht er. Der ist losgelaufen vor sich. Und einer ist hinter dir. Was? Der hat mir einfach instantaner gegeben, als ob. Das sah so aus, dass wir da an sich vorbeigelaufen haben. Das hat Level 22. Ach nee, das ist gar keine Slow. Das ist doch was anderes, oder? Wie hat der das Ding gemacht? Jetzt haben wir gar nicht mal so viel Geld, wa? Ja, ich mach glaube ich auch Eko. Ich hab 4300, aber jetzt müssen wir wieder alles neu kaufen. Ekoun wir oder nicht? Also ich hab jetzt, ich hab jetzt was Kleines gekauft. Mp kaufen wir mal, ne? Ist gut. Hab ich eben auch gemacht. Das war für mich. Okay, doch keine Eko. So ne halbe Half-Buy-Eko. Ump-Eko. Ist das smart? Umpalumpa. Ich hab halt keine Ahnung, welche Waffen hier gut sind. Ich nehm auch jedes Mal, wenn wir Dings spielen, nehm ich immer andere Waffen. Ja, ich weiß auch noch nicht, dadurch, dass man nicht weiß, wie viel Loser-Bundes und so es gibt, was hier ne Eko ist. Also du weißt ja bei CS. Wir sind gerade ein bisschen B. Ja, ist gut. Das ist gut. Können wir uns eigentlich hier pushen, so gegenseitig? Peter, du rufst, wie was ist, ne? Leider nein. Ich hab mich hier so ein bisschen hinversteckt. Na, kommt man nicht hoch. Guckt einer Mitte? Ich bin Mitte. Oh, hier ist einer! Ist er nah? Kannst du pingen? Man kann jetzt pingen. Das konnte man vorher nicht. Das konnte man vorher nicht. Nice, fishy. Schön. Kann ich hier auf den Punkt? Da ist noch einer A. Auf den Punkt. Komm, ich komm. Ah, nein, ich stand da. Ich versuche mal hinten rumzulaufen. Ich seh ihn nicht. Einer kommt über Mitte. Oh, A ist ganz viel. Ja, A ist ganz viel. Im Arsch. Ah, was? Bitte, bitte, bitte. Nice, hast du. Tötet ihn. Ihr solltet auch dringend Sepp hochholen. Ja, retz ihn mal. Ja, ja, bin dabei. Ich versuche, dich zu schützen. Der Controller geht ja voll ab, wenn ich down bin. Bomben, schärfen. Okay, ich bin klar. Ach, das ist noch einer. Da war noch einer ganz hinten irgendwo bei A. Noch 30 Sekunden? Hinten links. Oh, Leuchtt, der hat mich down. Hat mich down. Scheiße. Er sagt, du machst das, ne? Hinten links, ne? Wie lange dauert die Füße? Die blockieren mich. Achtung. Loll! Ach, komm. War schade. Na, ist toll. Nice. Hey, wie die A-Men ist ja schon der Shit, ne? Wie ist der denn dancen? Was soll das denn? Frech. Der hat jetzt das Recht. Das Gefühl, wie ich ziele, ist meine Maus viel zu schnell. Aber das hatte ich schon auch. Okay, war das Meta-Waffen in PUBG? Das brauchen wir ein bisschen... Barrel ist halt krass. Die Bälle ist einfach krass. Die Bälle ist einfach krass. Die Bälle ist einfach krass. Die macht sehr viel Schaden. Die Verreiste halt, musst du halt gegenhalten. Aber sie ist eigentlich... Ist eigentlich die beste Waffe. Und die sind teilweise ganz schön teuer, so mit 5000. Na, das sind die ganz krassen, ne? Ja, aber du kriegst es auch... Also, wenn du so zwei, drei Runde am Stück gewinnst und überlebst und deine Waffen behältst und dann stirbst, dann geht's eigentlich, also... Ich hab keinen Helm. Oh nein. Voll reingeballt, Leute. Aber das ist der Film, wie sie so jetzt hier wegzuschnipen. Christian, du kannst vielleicht hier oben, hier oben auf die Treppe. Ja, ja. Ich versuch, dich close zu halten. Ja, das ist... Die MK hat so eine 8... Ach, wie sie ja. Du snipest und ich clear halt die Mitte. Ja, wenn kam die eben so da. VB ist was. Christian, da ist auch einer. Da. Ja. Oh, das nennen wir Würmchen da oben übrigens. Der ist rechts weg. Der hat einen Hit gekriegt. Aber der MKB unten? Ja, hat Hits, ganz viele Hits. Hat Hits, ja. Ich geh vor. Ein Stück. Dann haben wir... Da ist auch noch einer, Fischi, ne? Die haben sie ja gelegt. Warum die gelegt? Bei A, oder? Bei euch. Ja, A geplantet. Fack. Hier ist einer, Würmchen. Schön. Ah! Der hat Hits. Wo ist denn Würmchen? Da sitzt einer hinter der Ecke. Ja. Bist du, bist du? Bist du, ja? Da. Da kommt wer! Er kommt hoch! Da! Nee, der hat die Fall schon auf. Oh, Peter! Der ist da, rechts. Oh Gott, oh Gott. Alter! Oh! Oh, hat der mich weggerotzt. Alter, der ist halt einfach fucking crazy dahin. Die sind zu krass. Die sind zu krass. Das ist ein Reinkommer. Das ist ein Reinkommer, ne? Warum spielen wir denn gegen Global Elite? Ja. Aber wir auch Global Elite sind. Die MMA ist doch nicht ganz ausgereift. Wie viele Runden? Was haben wir denn jetzt für eine Runde? Ich hab ein Eco. Ich geh jetzt full on Eco. Ich geh jetzt full on Eco. Ja, ne? Also gehen wir full on UMP und pushen rein. Ja, wollen wir zusammen irgendwo pushen? Ja, machen. Let's go. Kann ich wieder Sachen verkaufen? Nee, leider nicht. Ich hab ja diegel gekauft. Das brauchen noch vier Jahre. Nee, Mitte pushen. Mitte pushen und dann von hinten auf A. Ja, Mitte musst du gucken, hinten rechts kommen. Da, wo dieses Fenster ist. Da ist immer einer. Was ist Würmchen? Da, wo der rote Marker ist. Also, das verbitte ich mir aber, ja. A, B laufen welche außen? Wollen wir da hin? Also, das ist einer ist nach B gelaufen. Doch, doch, hier ist ne Treppe. Du musst hier hochklettern. Ja, du musst da hochklettern. Alles, Peter. Schön, schön, schön. Oh, no, no. Gibt's Feier? Ja, es gibt Menschenfeier. Noch einer Knock. Oh mein Gott, die Bombe, die Granate war... Ich seh nix mehr, ich bin drin. Hä? Hä? Ich hab ihm ins Gesicht geschossen. Lol. Die machen uns hier. Ah, die werden einfach... Da war ich schon halbfertig und da ist einer einfach weggecroucht. Kann ich sehr, komm uns mal auf. Kann ich sehr, komm uns mal auf. Okay, Sep, da ist einer um die Ecke. Der Senf-Zico, Alter. Sind nur vier Gegner. Alter. Fuck, ey. Der kommt. Oh, ich bin tot. Hm, ach ja. Ja, hm, naja. Schwierig. Na ja, gut. Die haben halt auch echt gute Waffen, muss ich sagen. Was heißt denn, was ist denn so ein Betrag, wo man sagt, da kannst du kaufen? So 5.000? 5.000 auf jeden Fall. Ja. Kann ich dir Geld geben? Ja, du kannst 100 immer, also jedem irgendwie immer so 100 zuschieben. Mega gut. Ja, hier Peter, du kannst es vertrauen. Ich finde das auch irgendwie gut, aber ich finde 100 ist so, also das ist so, ich mache vor, jemand braucht so 1.000, dann drückst du da die ganze Zeit so drauf, so. Ja, das stimmt. Wofür ist die Pfanne? Einfach nur zum Demutigen? Zum Arsch bedecken und theoretisch auch kannst du in Nahkampf gehen halt damit. Das habe ich jetzt hier nicht, das Gefühl. Lkw unten links, einer? Ich mache jetzt ganz Def hier beim B. Ey, ich mache auch Def B. Der hat sehr viel gefressen. Weiß nicht, von wo die bei A kommen. Einen down. Nein, das ist schön. Aber nicht gefinisht. Oh, Wörmchen ist einer. Ja, ist hinten rein. Oh shit, hä? Von wo bin ich? Da ist einer in den Rauch reingegangen, Peter. Granate! Fischi, bist du down? Ich bin down. Fischi, komm. Oh geil. Einen da down. Aber die pushen nicht jetzt. Könnt ihr mitte helfen? Äh, die werden uns mit der Granate töten. Wir sind beide down. Peter, pass auf, wir sind zwei bei A, ne? Ja, beim Reward. Ich bin hier ganz schön beschossen. Lol. Boah, was war das? Ich habe gecheatet. Ach, da hinten. Ach, komm. Ich bin hinten down. Ja, ja, ja. Ich komme, ich komme. Meinst du, ich kann es von dir mehr, oder? Ich versuche zu dir zu kommen, rechts. Ah, da ist noch einer bei Würmchen. Wir sind alle bei Würmchen. Ja, der sitzt halt da hinten hinter der Ecke. Ja, und er kann mich von hinten. Wir haben es durchgedrückt. Ich mache Würmchen mal Grenade. Ich hebe, ich hebe. Pass auf, Grenade ist drauf. Okay. Peter, kann ich dich holen? Nee, kannst du nicht. Komm nicht zu mir. Lass mich sterben. Ja, 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 ja. Sehr gut gemacht. Nice. Ich habe einen 1-10 sogar, geil. Der liegt da, hinter dem Kanister. Wir haben doch nicht geplantet, ne? Könnten die aber eigentlich auf A. Ah, fuck, er hat mich down. Er pusht mich, pusht mich, pusht mich. Einer Mitte und einer auf A. So bad, Alter. Nice. Let's go. Sehr gut. Aber geholt. Jawoll. Es dauert kurz. Ja, aber du kannst da, glaube ich, noch sterben, oder was? Okay, da kann ich schon Panik. Ich hatte echt Panik. Panik. Attack. Natürlich war das die letzte Runde. Wir wussten, dass wir alle unser Geld ausgeben müssen. Ja, wir wussten das. Alter. Ich kann nicht rechnen. So eine Scheiße. Aber ich verwechsel das auch immer, weil überall ist alles anders. Zerstes sind 16 Runden, Valorant sind 13 Runden, hier sind 7 Runden. Es ist überall anders. Sieben Runden ist schon vorbei, die brauchen nur noch drei Runden. Nee, wir brauchen nur noch fünf. Ja, wirklich. Ja. Wo greifen wir an, Freunde? Hier, wo sind unsere Pro? Wir gehen A, wir gehen A. A, ja? Ja, ja. A ist immer. Dann gehe ich aber Mitte. Ja, A und vielleicht einer nach hinten gucken und einer ein bisschen Würmchen halten. Ich gehe Würmchen halten. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Wäre das hier so doof? Übrigens Kiosks und da hinten rechts um die Ecke. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Drei Leute on spot. Würmchen. Würmchen. Aua, aua, aua. Würmchen macht aber aua. Da ist einer dahin. Da ist einer da hin. Dich umläuft einer, der Fehler, der kommt nicht aus. Er hat mich ja auch. Wir geben Dreck. Ach, der lebt ja doch wieder. Na komm, Würmchen, drei Leute. Würmchen, drei. Wir sind alle down. Fisch, du bist der Letzte, oder? Nee, ich bin der Letzte, hallo. Wie er eiskalt sich eine Scheiß-Shoddy geholt hat. Ah. Die ist sehr gut. Alter, der hat uns einfach alle gemacht. Ja. Okay, erste Runde Shoddy kaufen. Let's go. Ja. Wollen wir Eco-B-Rush einfach? B-Rush wie bei CS einfach. Okay, alles klar. Eco-B-Rush. Wir gehen einfach, wir rennen einfach drauf und versuchen zu planten. Macht ihr das bei Pistole, nehmt ihr schon das Rotpunkt-Visier oder einfach nur Rechtsklick drückt halten? Nee, ich mach Rotpunkt. Ich mach, naja, es kommt drauf an, manchmal auf Close-Range, hab ich das Gefühl, ist die ganz gut auch ohne Visier. Ach so, ja, ja. Aber er meint, er meint, ja, 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 nee, ich mein schon im Normal-Climb-Close kannst du auch. Ich hab die Funktion ganz rausgenommen mit diesen Hüften-Zielen. Warte mal, Christian, warte, warte, warte. Ich hab nochmal Punkt. Ach so, okay. Wollen wir mit X die Waffe wegstecken? Oh, dann rennt man schneller. Ja, sitze! Ach, ja. B-H-Tits, B-H-Tits. Am Arsch, hinten, von hinten kommt er. Hinter uns! Ich bin da und drei, zwei Stücke da und so. Ah, die haben uns kaputt gemacht. Von hinten kommen die jetzt. Komm von hinten. Ich bin gerade umgedreht und dann kam von A wieder jemand. F-H-B. Wollen die uns schäfen oder was ist hier los? Ich hab... Wollen. Schade. Nein, ich hab die nicht mal kaputt gekriegt, ey. Ja, wir haben relativ viel Leben dann noch. War ne Ego. Die haben zwei perfekte Runden gehabt. Oh, letzte Runde. Autsch. Ja, war ne Ego. Komplett Ego gegangen. Jetzt, jetzt aber. Okay, 5.000. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir die fertig. Smoke kaufen, genau. Ganz wichtig, die Fahne nicht vergessen. Ja, die Arschbedeckung. Okay. Wofür ist der Benzinkanister denn bitte gut? Na, den kannst du halt... Du kannst den auskippen und dann anzünden und dann... Kannst du einen Penis auf den Boden machen? Das ist wie die Brand... Wie ein Molly, Jay. Die langsamste Molly der Welt. Du kannst quasi eine Spur machen von einer Bombe irgendwo hin und die dann einfach anzünden, die Spur und dann brennt die Bombe. Geh mal davon aus, es gibt Team-Schaden, oder? Ne, es gibt Team-Schaden, glaube ich. Gibt's nicht. Was? Gibt's nicht. Du hast voll auf Jail gehalten vorhin. Okay, hier sind wir eben in die Mangel genommen worden. Wolltest du mich kaputt machen, oder was? Ne, du warst einfach vor mir da, so. Würmchen! Boah. Er ist down. Schön, kannst du mich aufhören? Warte mal, ich mach ne HE da rein. Und ich hebe Franzi auf, während wir im Würmchen sind. Au, nein, die kommen von unserem Spawn! Ich habe ne SIS gekriegt. Danke. Oh, oh. Destinate! Da sind zwei hinten. Einer down. Ich hab eins. Ich hab gebombt. Ich bin down, wir haben mal eine Verbindung. Ich bin down von hinten weiterhin. Da war doch noch einer. Hansi. Von hinten. Ah! Wieso kommt der von hinten? Also Peter, der ist aber schon vor fünf Minuten angesagt worden. Ja, das Spiel ist zu laut, ich muss mir das Spiel laut als langsam machen. Ja, mein Spiel ist auch sehr laut, weil man die Steps aber nicht so gut hört, hab ich sehr laut geworden. Man hört sich gar nicht, wirklich kaum. Oh, was ist denn? Ah, nice. Flash. Oh. Schön. Er sagt deine Position an, ne? Ja. Ja, der muss nachgefunden. Ich nehme keine Zeit mehr. Der ist es eh durch. Alter, der Klapp ist ja real. Oh, Bessie, Maschine. Sehr eindruckend. Was? Das gibt's nicht. Maschine. Das hat mich selbst erschreckt gerade ein bisschen. Hat der das gemacht? Das war nice. Okay, ich kaufe mir jetzt auch die Barrels. Wir haben aber letzte Runde so viel gekauft, als wäre unsere letzte Runde. Entschuldigung. Oh, Grote. Na ja, jede Runde ist jetzt letzte. Was hast du gesagt, was muss ich auf die Barrel drauf machen? Äh, Halfgrip, den roten. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen aufteilen, so. Und Schally? Nee, Schally geht gar nicht. Schally kannst du nicht. Wie krieg ich so coole Skins wie du? Nochmal A? Geld ausgeben. Na, das ist nicht Selbststärke. Ich denke, das ist Fim-Ko. B. Jetzt geben wir B, ja. Finde ich gut. Ich halte hinten den Sporn. Puschen aber hart, ne? Ich halte noch ein bisschen, ein bisschen. Sie werden jetzt... Oh Gott, Alter, kurz versuchst du denn? Nein, hat die abgeprallt. Oh, da hinten stehen die schon. Uff. Bitte, einer. Äh, wirklich, gute Leute durch. Nein, oh, du hast mich geblockt. Oh, wir haben mich nicht. Sorry, aber ich will nicht. Alles gut. Also hier B, sieht nicht so geil aus. Nee, war ne Flash. Die kommen B, die kommen B. Der kommt, Puschen. Haben wir. Boah. Frecke. Vorsicht, die kommen hier. Karussell! Nein, oben! Bitte auch. Ey, das gibt es doch nicht! Scheiße. Bitte. Ah, Mann, jetzt von B. Wo sind die alle? B? B und Mitte. Alle bei uns. Schön. Vorsicht, Karussell. Einer ist B. Und einer war da Mitte. Jay, hast du gelegt? Nein, ich versuch gerade, denen zu helfen. Weil ihr dann... Ja, nein, nein, der letzte da! Okay, dann gehe ich jetzt legen. Ich wusste nicht, dass ich legen soll. Ich dachte, wäre ich... Du hättest uns aufhelfen können. Ja, das war mein Plan. Von hinten. Ja, ja. Der kommt jetzt über Mitte. Der letzte belebt jetzt seine drei Broskis da wieder. Ja, easy. Ich glaube, der kann nur einen wieder beleben, weil du verblutest sehr schnell. Einer sollte sterben. Okay, sind zwei noch. Ja. Kann die von da kommen? Ja. Die kommen beide von da, wo wir alle gestorben sind. Also, da saßen zwei Leute gerade. Höchstert Diffusion? Ja. Na, aber nicht so... Ja? Hört man das? Ich denke... Also, ich weiß nicht, ob du es da noch hast, aber du hörst es auf jeden Fall. Diffusion wahrscheinlich gleich einfach, oder? Ja. Schon längst durch wahrscheinlich. Man sollte es mal gucken. Schön! Neun, acht... Das kann er ran. Ja, du darfst trotzdem nicht stören. Du stirbst an der Bombe nicht. Jetzt nicht mehr durch die Fusikaril. Nein! Oh Gott! Ja! Nein! Mach dir das! Mach dir das! Mach dir das! Was? Was? Nimmt man statt dem vertikalen Handgriff? Ja, sag ich dir nochmal 100, da kannst du dir auch eine Bandage kaufen. Weil ich hatte eh auch nicht genug Geld. Du nimmst den halben, wenn du was automatisches benutzt. Scheiße! Ja! Die ist aber ein bisschen kaputt. Ich finde nicht, dass die Beryl so OP ist. Mit dir mal scheiße! Die Waffen sind hier aber ein bisschen anders als im normalen Game. Müsst ihr im Hinterkopf behalten. Okay. Ich werfe direkt eine Flash in die Mitte. Einmal weggucken. Ja. Und geflasht. Ich hab das Gefühl, die gingen irgendwo ganz weit in die Mitte. Hinter uns, Christian! Fuck! Keiner war A! Oh mein Gott! Die waren einfach alle auf A! Ich... Würmchen! Dahinter ist einer! B kurz! Ach, Mist! Schön, schön, schön! Kann mich... Ach ja, genau! Kann mich... Hey! 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 Direkt hier neben unseren Leichen. Oh ne! Da waren zwei! Ja! Scheiße! Weil wir uns richtig gewusst haben. Verdammt! War aber ein nice Try. Nice, ja. Ist gut, Leute, ey. Schön, auch versucht, was zu machen. Zweite Runde, zweites Glück! Remage! Remage! Ja, gegen andere Gegner. Alle, die schmutzelte. First Round. Easy buy. Ich geh mal Würmchen, ne? It's the way to go. Oh, haben wir jetzt den dritten Shot? Und da geht man aber wirklich auf ein Null runter, ne? Ja, aber... Der Pistole einfach ist und fertig. Würmchen und dann... Christian, wo gehst du danach hin? Oder aus? Danach? Keine Ahnung, wenn ich danach walk or laufen kann, zieh. Ja! Fischli, du bist hot. Ich bin jucken wie der Würmchen weg. Lol. Selber hot. Schieß hot. Ja, der hat hotte Sachen an. So, gar keine, meinst du? Hast du Pistole oder Schoddi? Äh, Pistole. Wir warten jetzt hier hinten, ne? Weil wegen Shotgun. Ja, ja, logisch. Warte, hier. Ja, dann geh ich diesmal rechts. Ja, jetzt sind B welche rüber? Mal B. Ab einen. Das sind welche Kiosks? Christian, du kannst den finishen. Sind welche Kiosks? Dann warte mal. Ja, Kiosks ist mindestens einer gelaufen. Nach Bescheid, wenn ihr dich, äh... pushen, Franzi. Drei on spot. Drei A. Da ist nur einer, der so hält. Geh mal in die Mitte. Dann hab ich. Der andere hat nen Helm auf. Hilfe! Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Ich komme, Arthur. Der hat den down, den schwarzen, den du meintest. Wahrscheinlich, Franzi. Nein, jetzt bist du schon. Der andere hat nen Helm auf. Da ist noch einer. Markiert. Einer kommt von hinten auf A. Ja, der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg, der muss näher ran. Ist nur noch einer. Ich krieg... Nur einer, der steht. Wo denn? Genau da. Ja, easy. Tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss! Aber du kannst die noch ffleddern, wenn die noch ne Rüstung haben intakt und so. Ja, ja. Wir müssen ja erst mal einen getroffen haben. Aber ich hatte keine Rüstung. Echt weiß! Äh... Oh, 3 9, jetzt kaufen wir was? Ääähm... Ich hab jetzt ne Tobi angekauft. Ich hab ja jetzt ne Schrotflinte. Aber ich pair rein, steiß drauf. Tvag rundomm surrenderus... Wie du es magst... Einfach Betterl und überleben Christian, wir gehen noch mal Mitte nah. Einfach mit der Schoddy, Karoddy. Ich hab nur einen P, aber ich geh Schoddy, Schoddy. Ja, wir kommen mal gucken. Peter, hast du gesehen, wie die nicht wussten, dass wir da sind? Oder waren die tot? Ja, das war so gut. Du bist einfach vorweigelaufen, die Idioten. Alter, seid ihr Pferd. Die Idioten. Aber jetzt kann ich den Trick nicht nochmal machen. Sepp, aber ich glaube, die rechnen da. Also ich hab da eben um die Ecke gewartet. Kann sein, dass die jetzt damit rechnen. Komm, die kommen. Drei Leute. Drei Leute Kiosks. Kann einer mit rüberkommen, komm da. Sepp, Mitte ist einer. Einer Mitte, ja. Franzi, der ist da direkt hinterm, hinterm Laster hier. Ja, ich hab den. Der liefert euch nicht. Ich hab einen. Ich hab einen. Da war noch einer. Hab beide, hab beide, hab beide, hab beide. Na komm, mach mal den einen. Würmchen ist noch einer. Würmchen, Würmchen. Ich hab immer schnell seine Waffe genommen. Würmchen down. Schön, schön, schön. Gehst du Franzi retten? Ich geh Franzi retten, ja. Fettwürmchen dann. Auch mit Franzi überhaupt? Ja, auf den du gestoßen machst du es raus. Kann die da nicht die Waffen behalten? Wie brauchen wir Franzi überhaupt? Ja, das wäre schon ganz gut, wenn die die meisten Kills gemacht hat. Franzi bückt sich hier so komisch vor mir. Ich weiß nicht, ich find das anzüglich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hör damit auf. Der hat den hochgeholt, oder? Ich bin mir unsicher. Ah shit! Oh. Alles gut, alles gut. Haha, wie der da rausgefallen ist, um die Ecke? Loooow! Tshuu! Kann ich nicht auch Akimbo nehmen einfach P90 oder ne, kann ich nicht auf die zweite machen. Habe ich überlebt, ja. Aber ich habe immer noch kein Geld für ne geile Waffe. Warum denn nicht? Ich kann dir auch Geld geben, Peter. Ey Beryl, mehr brauchst du denn gar nicht? Kann man Geld geben. Ich werde jetzt die UMP nicht nur drüber kaufen. Ich brauche 500 noch für ne P90. Ja okay Peter, hier erstmal noch. Boah alles klar gegönnt. Ach da, dann klickt man auf diese 100 da hin oder was? Naja, ja ja. Genau, genau, dann schiebst du immer so hundert rüber. Ne, ich bin nur fein. Fischi, ich setz mich jetzt ein bisschen frontal hin, ich hab ne P90. Okay, okay, okay. Oder sollte ich auf Entfernung gehen damit? Ich würde warten, bis die reinlaufen. Warten, bis die reinlaufen, so sagt der Mann. Franzi blockt. Also zumindest ein bisschen, weißt du? Ich nade. Bisschen warten, bis die reinlaufen. B, 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 ist was? Fischi, du kennst Franzi besser. Heißt das alle jetzt B sind? Nee, nee, nee. Franzi ruft immer, wenn ich eine Person sehe. Kiosk ist einer. Was hab ich gedrückt? Er ist immer da noch, bei dem Pavillon. Ja. Den hab ich leider nicht so gut gehittet mit der P90. Ich hab's in zwei hier jetzt. Hab ich, B, B. Er ist down, nice. Ich hab hier noch keinen gesehen. Gilt. Ich bin down. Hinten, hinten durch, Franzi. Ja. Also da. Mit dem, mit dem Revival ist aber auch. Vielleicht redzt der gerade auch. Sehr gut, Peter! Nee, der rest nicht, der rest nicht. Ich hab nur noch sieben Schuss. Was? Oh, Ronny. Das ist ja natürlich geil. Der sollte nicht sein. Einer B hinten. Will ich aufheben? Das ist der letzte. Achso, okay, der letzte. Ist der bei euch? Für mich! Ah, das! Würmchen! 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 Guck mal, das ist gleich zwei Fragezeichen. Was heißt das? Oh, die sind nur zu viert. Oh, die sind disconnected. Mh, 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 mh! Mh, muh, mh, mh, mh! Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü! Du hast einen One-Shot in dem Game hier. Hat jemand 100 Mark für mich? Ich hab für dich alles, guck mal hier. Danke sehr, AWM-Time, Baby. Oh, Baby. Die AWM ist ja auch richtig krass. Ja, One-Tap, oder? Mhm. Damit die AWP... Ich präparier jetzt, ich präparier jetzt B. Hat Jay Feuer geholt? Lol, ja. Keine Ahnung, mal gucken, was da passiert. Was hat Jay geholt? Der hat so einen Kanister geholt und läuft hier mit rum und ölt hier alles ein. Ich weiß nicht, ob das Öl nachher verschwindet. Wir werden sehen. Einer läuft über Mitte zu B. Schießen die schon auf dich, Fischi? Wir können jetzt zu B zurückziehen. Mitte zu B. Ja. Der Slow, der Slow. Nee, 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 der Slow nur. Hier ist noch einer. Ja, er ist down. Aber da ist noch einer links hinterm LKW. Jetzt will ich aber schon drauf schieben. Boah! Hä, ist der weg? Geht der schon ab? Das gibt's doch nicht. Das ist ja nicht verreckt da hinten. Ja, der ist ja low. Oh, Leute, das ist ja einer B. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab Dreierschuss gehabt. Oh mein Gott. Kannst du mich holen? Was? Ich leg die A vor. Ich geh bei Kong. Einer noch bei B. Sorry. Einer, der war bei B. Also einer war Mitte. Ich hab Birthpoint angehackt. Hat mich. Der von B ist in die Mitte gekommen. B ist immer noch einer. Hab ich. Ich renne hinten rum, ich brauch noch. Nein. Nein, der hat mich. Der ist da Richtung Mitte. Richtung B. Mitte von B hat mich. Ich kuschel, ich kuschel hier mit dem anderen. Oben aufm Back. Er ist hier doch angesagt, oder? Blau. Und da oben hat er uns weggeschossen, ja. Ist aber auch schon ein Minutum. Oh, zu spät. Oh, Entschuldigung. Der ist immer noch ans Ort. Der schießt ein Fenster um ihn. Ja, ich warte auf Fischli, ne. Ich wollte mich nochmal ankündigen. Wo ist er? Aufgehen. Ah ja, ich hab ihn gesehen. Hast du nen Nate? Ne, ne? Doch, ich hab einen reingeworfen. Ah shit. Wow. Was? Uuuuh. Wie sind sie doch zu zweit jetzt? Oh, das fand ich so gut. Die sind zu zweit. Das ist jetzt unangenehm. Hm. Also gerade waren es noch vier, aber jetzt sind sie. 2 gegen 6. Was ist denn grad für ne Art und Weise hier einfach zu leaven? Ja, Disconnects sind leider auch real. Du hast halt wieder keinen Nachschein. Du kannst nicht nachjoinen. Ja, das ist das Problem. Ich bin gestern auch einmal rausgeflogen. Gesundheit. Danke, danke, danke. Und konnte nicht nachjoinen, also. Ist natürlich nicht so geil. Ne. Aber es gibt halt auch keinen Punish. Wir versuchen jetzt die coolsten Kills zu machen. Ja, ich hab ein Revolver. In 360s und so. Ja, genau. Ich mach gleich einen, wo ich nicht aus Versehen meinen Feuer Modus umgestellt hab. Ne. Einer Mitte am LKW. Äh, B. Pavillon. Beide B, by the way, müssen das sein, ne? Ja, es sind zwei Leute. Einer ist schon down. Wo denn? Down? Pavillon oder? Ja. Ja. Habt ihr den anderen gekillt? Der eine, der gekillt wurde. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. So surprised. Der macht uns jetzt einfach alle. Pass auf. Ja, ich wollt grad den anderen markieren, der tot ist. Ich hab ihn markiert, den bösen. Du hast grün markiert, ne? Ja, grün markiert. Der dauert so lang, bis der nachlädt. Oh! Peter, dich hebt keiner auf. Keiner macht. Hab ich auch gesehen. Vier Leute laufen an mir vorbei. Tschüss, Peter. Ich hol dich. Einfach killgeil. Ich hol dich, Peter. Ja, behalte ich jetzt meine Sachen noch, wenn ich einmal down bin? Ja, okay, nice. Dann war dir wirklich nicht so wichtig. Danke trotzdem. Ja, klar war das wichtig. Du gehörst zum Team, Peter. Ich hab dir geholt geholfen. Ja, danke dafür. Aber Mitte, der Ausguck ist gar nicht so geil. Du kannst nicht auf die wichtigen Punkte gucken. Ist nur noch einer. Oh. Stark! Eigentlich müssen wir alle jetzt mit der Pfanne, oder? Sollen wir versuchen, eins gegen eins zu veranstalten? Mit der Pfanne! Oh, find ich gut. Ja, eins gegen eins. Darf ich jetzt zu ihm hinlaufen? Also, ich lauf auch gerne vor, wenn er mich wegballert, aber eins gegen eins und alle stehen rumrum, egal. Kann man da irgendwas kommunizieren? Nee. Ich weiß nicht. Glaub ich kein Old Chat. Nee, nee, gibt keinen Chat. Der arme Zorpel. Der arme Zorpel. Der ist doch losgelaufen. Ich bin hinter dir. Aber auch die Pfanne in der Hand. Ich werf die. Kann man die werfen? Ja, mit rechts. Einmal Snipern wenigstens. Rechtskrieg halten, genau. Nicht A. A ist frei. Wo ist der hin? Der versteckt mit uns jetzt. Der versteckt. Oh, wir spielen im Verstecken. Ist er bei uns im Spawn? Vielleicht ist er auf B gelaufen? Oh, man kann hier aufs Dach, oder? Oh, Fischli lernt einfach die Map dafür dann kennen. Oh, der steht am Spawn. Nein, 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 nein. Ach. Der steht bei sich am Spawn. Ich will die Pfanne werfen. Nein! Oh, ich hätte ihn getroffen! Oh, ich hätte ihn... Einfach keine Kompromisse! Ich glaube, ich hätte ihn geholt. Ich glaube, ich hätte ihn geholt. Es wäre so witzig gewesen. Schade, Franzi, das wäre ein richtig cooler Kill gewesen. Ist ja nicht in Jays Leben. Och, Mann, Jays. Ich wollte unbedingt mal mit der AWM schießen. Du hast ja eben schon damit geschossen. Ja, aber ich habe nicht getroffen. Aber trotzdem mal, also jetzt kann auch keiner nachjoinen so in die laufende Runde. Also neue Leute auch nicht. Ich dachte, also am Anfang manchmal ist es so, dass Leute reinjoinen. Neue Leute einfach in eine laufende Runde in irgend so ein Spiel rein. Ja, wer will das denn haben? Alle lieben einfach, ne? Ja, aber wo willst du denn jetzt joinen, wo 5 zu 1 steht? Und dann kommst du in ein Team, wo einer drin ist. Ja, ist doch immer bei COD so, wenn er irgendwo joinst. Ja, COD. Das ist auch wieder... Das ist auch auf einer Mikrowelle programmiert worden. Wow. Uh. Oh, die Schatz. Also ich kann, glaube ich, PUBG auf einer Mikrowelle spielen. Das geht. Können wir erst raussteigen? Danke. Das ist ein bisschen Video! Könnt ihr erst raussteigen? Ich bin nicht geschnitten. Hey, ich glaube, er ist B. Nee. Nee. Das ist aber A. Ach nee, das ist A. Stimmt, das ist A. Das ist andere B. Ich habe mich getroffen mit der Fahne! Nein! Ja. Trotzdem kein Kill. Ja, nee, macht doch nur wenig Damage. Also ich glaube, so wenig Damage fahren hat nicht, Peter, weil ich glaube, ich habe einen Schuss getroffen. Mit der Fahne getroffen. Das klingt wahnsinnig gut. Ich geh jetzt aber auf Fahne wieder. Okay, all Fahne. All Fahne. So, potenziell letzte Runde. Ja, all Fahne. Wie wirft man die? Rechte Maustaste gedrückt halten und dann... Ich laufe auch mit rechter Maustaste gedrückt rum, damit ich im Zweifel nur werfen kann. Und dann linke Maustaste. Und dann linke Maustaste nicht einfach loslassen. Ja, linke Maustaste. Man muss nur einmal drücken, man muss nicht gedrückt halten. Echt? Oh, Leute. Stimmt. Boah, Alter, mega smart. Okay, gehen wir jetzt alle gleichen Weg, oder? Ja, alle gleichen Weg. Komm, alle hier. Jetzt fliegt gleich sechs Pfannen, oder was? Oh! Easy! Mit nach der Gedanken. Oh, Leute. Ja, also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr seht schon, dieser CS-Modus von PUBG hat vielleicht noch einige Schwierigkeiten. Aber... Ich bin gespannt, wie wir das weiterentwickeln. Ja, vielen lieben Dank, Franzi und Fischi, dass ihr hier mitgemacht habt. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Twitch-Kanäle verlinkt in der Videobeschreibung. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss! Bye-bye!